Aufnahme läuft, Freunde, was geht ab, hier ist der Kelvin und alle, die mir hier schon länger folgen, wissen, dass ich eigentlich keine Reactions-Video mache, also ganz selten, doch jetzt mache ich es mal und ich mache das auch bewusst auf meinem kleinen Kanal, mir geht es gar nicht darum, dass jetzt irgendwie da neue Leute hier ankommen und meinen Kanal abonnieren, bitte macht das nicht, also nicht einfach so, sondern guckt erst mal meine anderen Videos an und dann könnt ihr immer noch entscheiden. Aber ich habe etwas gesehen, wo ich gerne meine Meinung dazu äußern würde, weil es im Kernthema darum geht, andere Menschen zu überzeugen und das ist auch meine Aufgabe, andere Menschen von etwas zu überzeugen, ihre Meinung von etwas komplett zu ändern, damit sie mehr in Handlung kommen. Ob sie dann besseres Leben, selbstbewusster werden, das ist ja schon mein Job irgendwie und ich habe ein Video gesehen auf einem Podcast, den ich sehr gerne anschaue und anhöre, auf dem Podcast von Ben, ungeskriptet und dort war die militante Veganerin zu Gast. Raffaela heißt die Dame und ich habe mir das reingezogen, also ich habe von den drei Stunden 40 etwa eine Stunde 30 mir angeschaut, dann habe ich ab und zu mal immer wieder ein bisschen gesappt und ich war sehr positiv überrascht, dass das alles relativ entspannt zuging und habe dann gedacht, okay, das wird niemals eskalieren. Also das, gerade mit Ben, also Ben macht das so gut, so ruhig, so entspannt, das wird auf keinen Fall eskalieren und jedes Mal, wenn ich von der Raffaela was gesehen habe, ist es irgendwie immer eskaliert, sie ist laut geworden, hat oft die Show verlassen und das war auch hier der Fall, dass sie einfach rausgerannt ist am Ende. Und das hat mich sehr gewundert, vor allen Dingen ist das passiert, was schon oft passiert ist, ja dann wieder beleidigt und das auf eine sehr eklische Art und Weise, muss ich sagen, Ben hat es geschluckt, hat mich so voll an die Ohrfeige von Will Smith bei den Oscars erinnert, die auch einfach weggesteckt wurde und da wurde sauber weiter moderiert, also Respekt an Ben. Und ich will ganz kurz so ein bisschen auf das Thema eingehen, was da passiert ist, also was man bei ihr halt immer wieder bemerkt ist, dass sie sehr aggressiv rangeht und dann Beleidigung, ja Rassist und du bist dafür verantwortlich und du schlachtest Tiere ab und so weiter, das ist keine schöne Art. Und was ich jetzt mit euch teilen will ist, wenn ihr jemanden oder eine Person komplett von etwas überzeugen wollt, dann ist es wichtig zu verstehen, ob die Person das macht, weil es ihrem Weltbild entspricht oder weil sie einfach gerade Bock drauf hat. Und ich behaupte, die meisten Leute, die Fleisch essen, dass die das machen, weil in ihrem Weltbild sich das nicht schlimm anfühlt. Das ist nicht schlimm. So, das ist in etwa so, wie wenn jemand groß geworden wird, groß wird mit der Überzeugung, die Erde ist eine Scheibe und wird von Aliens kontrolliert. Wenn mir das jemand am Tisch sagen würde, dann würde in mir drin eine Stimme hochkommen, die sagt, alter, was ist denn das für ein Trottel? Also bitte, wenn das so wäre, dann würde man ja runterfallen und was, alter, was ist mit dir faul? So, und mir wird es niemals gelingen, die Person in Sekunden, Minuten oder sogar in ein paar Stunden davon zu überzeugen, dass die Erde doch rund ist. Das wird mir nicht gelingen, weil die Person so groß geworden ist. Das heißt, im Falle von der militanten Veganerin, wenn die hätte den Ben überzeugen wollen oder die ganzen Zuschauer, die fest davon überzeugt sind, dass Fleisch essen nicht schlimm ist, dann geht das nicht dadurch, indem du die Menschen beleidigst, weil dann verschließen sie sich und nehmen deine Argumentation auch nicht mehr an. Das heißt, du musst dir die Person dazu bringen, dass sie kein Fleisch mehr essen wollen, weil sie müssen es ja nicht. Und wollen geht über die nette Art, über was Schönes und nicht über was Verurteilendes. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und ganz kurz zu dem Thema vegan sein. Ich selbst habe schon ein paar Versuche unternommen und ich kann sagen, warum ich nicht vegan bin. Ich verstehe die Grundmission und ob ihr es glaubt oder nicht, ich wünsche der Raffaela mit ihrer Mission wirklich alles Gute. Aber ich hoffe, dass irgendwann bei ihr auch andere Wege aufgezeigt werden und nicht dieses, also wenn ich beleidigt werde, dann sage ich, ey, sorry, also ich kann mir das jetzt weiter anhören. Ich will mir das auch gar nicht weiter anhören, weil das ist menschlich nicht korrekt. Das macht sie auch für mich zu keinem guten Menschen, wenn du andere beleidigst oder andere Ansichten nicht akzeptierst. Du musst es ja nicht für dich akzeptieren, aber für die Person. Und ich würde mir wünschen, überleg mal, wie geil es gewesen wäre, sie wäre in dieser Show, wäre ein bisschen runtergefahren und hätte aufgeklärt und am Ende hätte sie vielleicht sogar allen noch was geschenkt, ein Formular, ein Leitfaden, die ersten Schritte, wie man vegan wird mit einer Liste. Die Reichweite wäre ja da gewesen von dem Podcast. Aber wenn du jetzt in die Kommentare reinliest, wie viele sagen, ich konnte mir das nicht anhören, ich kann mir das nicht anhören. Und das sind ja alles Menschen, die essen ja Fleisch. Die gehen doch nicht in die Show, um die Leute zu überzeugen, die eh schon vegan sind. Also muss sie doch verstehen, dass sie gegen eine Wand rennt und dass es erstmal darum geht, diese Menschen aufzulockern und nicht für ihr Ego, sondern für die Tiere. Und in meinem Fall, ich weiß, dass ich indirekt unterstütze, damit das Schweine wild geschlachtet werden und vergaßt oder was weiß ich, so gut kenne ich mich halt nicht aus. Und bei mir funktioniert auch ab und zu mal Schock. Also wenn es auf jeder Fleischwurst, die ich kaufe, ein Bild drauf wäre, wie beim Rauchen, würde ich wahrscheinlich nicht mehr weiter Fleischwurst essen, weil ich denke, boah alter, jetzt wird es mir vor Augen gehalten. Aber indem man mich beleidigt oder, nee, das sind so Blockaden da. Ich finde, Aufklärung ist besser und Möglichkeiten aufzeigen. In meinem Fall zum Beispiel, warum ich das nicht durchgezogen habe mit vegan, ich habe es schon hier und da mal probiert, viele meiner Freunde sind vegan, die sind Gott sei Dank ein bisschen toleranter, mit denen war ich essen und es war lecker. Boah, war das lecker. Es gibt so geiles, veganes Essen. Dann bin ich zu Rewe, habe zwei Tage versucht, vegan einzukaufen, dann ist es wieder gescheitert, weil mir irgendwas gefehlt hat, ich habe zu wenig Ahnung, was ich machen könnte. Und dann war es schon wieder vorbei. Dann greift man schon wieder zur Wurst und so weiter. Das ist mein Grund. Ich bin trotzdem Tierfreund. Und ich weiß, vegane Menschen können das nicht verstehen. Aber in meinem Weltbild ist es nun mal so, dass eine Sau, ein Schwein, nicht den Wert hat von einem Menschen. Und dieses Beispiel, darf ich da einen Menschen abschlachten? Natürlich darf es das nicht, weil es ein Mensch ist und weil es ein Gesetz ist. Und da prallen zwei Argumente aufeinander. Ich kann von der militanten Veganerin die Argumentation oft nicht verstehen und akzeptieren. Sie kann meine Denkweise nicht verstehen und wir kommen nicht weiter. Also was tun? Also müsste es irgendwo eine Zwischenlösung geben? In dem Beispiel von dem Typ, der von einer Scheibe redet, Erde ist eine Scheibe und wird von Aliens kontrolliert, kann man nur langfristig davon überzeugen, indem man vielleicht Fragen stellt. Wie kommst du darauf? Wie kann es dann sein, das? Und wäre es eine Alternative? Ich meine, den muss man nicht überzeugen, weil der macht ja wahrscheinlich nichts Schlimmes. Und im Sinne der Veganer machen ja die Fleisch und ist ja was Schlimmes. Aber ich glaube, dass man durch Nettigkeit, durch Aufklärung, durch Unterstützung, durch Support, durch Hilfe mehr erreicht. Gerade bei so einem Thema wie durch Verurteilung und Beleidigung. Ich finde es absolut okay, wenn man auf die Straße geht und da auch mal mit schockierenden Dingen arbeitet, solange man die Würde des Menschen nicht antastet. Also schlecht redet. Schau mal, ich lebe in einem buddhistischen Umfeld und das soll das jetzt gar nicht rechtfertigen. Aber Mönche, die essen auch ab und zu mal Fleisch. Und dann haben wir auch gefragt, wie kann das sein? Weil man darf ja nicht töten. Und dann haben die Mönche gesagt, dass sie selber ja nicht töten. Dass jemand anderes tötet. Und dann haben wir gesagt, also ist ja, klar, die supporten das, aber die Person, die tötet, ist sie dann ein schlechter Mensch? Dann sagt er, naja, in ihrer Welt ist es schwierig, weil eine Kuh oder ein Hund oder egal, ein Tier, ist die niedrigste Form des Daseins im Buddhismus. Und im Prinzip erlöst er dieses Tier, was in dieser Welt gefangen ist und hoffentlich wird es als Mensch wiedergeboren. Also da kommen auch andere Sachen manchmal zum Vorschein, die es vielleicht auch zu tolerieren gibt. Mich betrifft das jetzt weniger, weil ich bin kein Buddhist. Ich könnte, wenn es mir ein bisschen einfacher gelingen würde, wenn ich es wollen würde, könnte ich aufhören und wahrscheinlich vegan leben. Ja, und vielleicht mache ich das auch irgendwann. Aber ich will einfach nur nochmal sagen, wenn ihr jemanden überzeugen wollt, macht das nicht über Aggression, über Hass, über Beleidigung. Das gibt schon genug auf diesem Planeten. Und ich kann mir nicht vorstellen, also wahrscheinlich liege ich falsch. Und die Raffaela hat es alles schon getestet, im Sinne der Tiere natürlich, im Sinne ihrer Mission und nicht im Sinne vom Ego. Hat sie wahrscheinlich auch schon die nette Art getestet. Wahrscheinlich muss sie Erfolg haben. Wahrscheinlich ist diese Art erfolgreicher. Rein, wenn man auswertet, wie viele wechseln aufgrund von ihr. Wahrscheinlich ist es erfolgreicher. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, wenn sie diese Aufmerksamkeit genutzt hätten und hätten Aufruf gestartet, lasst uns alle zusammen eine Challenge machen, mein Team hat eine Challenge organisiert, 30 Tage vegan. Wir werden euch in dieser Gruppe, die ist gratis, mitnehmen und jeden Tag aufzeigen, wie einfach es sein kann, dass man dadurch viel mehr Erfolg gehabt hätte. Da hätten bestimmt viele mitgemacht. Weil ich glaube grundsätzlich daran, dass viele, die noch nicht vegan sind, dass es denen ähnlich geht wie mir. Die sagen, ja, eigentlich ist es nicht so geil, eigentlich hat sie ja recht, aber die Bequemlichkeit. Der gleiche Grund, warum man nicht zum Sport geht. Jetzt könnte man sagen, jede Person, die ungesund ist, die ungesunde Sachen zu sich nimmt und es Kinder auch sehen, die Person sorgt auch dafür, dass Leben gekürzt werden, dass andere Menschen früher sterben durch ungesunde Lebensweise und alles. Ja, aber das ist nicht so wie vegan, wo man direkt, da ist auch alles indirekt. So, also die könnte man ja auch verurteilen, ne, wenn jemand, keine Ahnung, wenn jemand dampft, ja, nee, das ist doch nicht ungesund. Also, wenn es andere sehen, Jugendliche sehen, die werden da hingeführt, irgendwie schon. Und wenn man es auswertet, man, es gibt so viele Angreifpunkte, wo man sagen kann, das ist nicht gut. Da sterben Menschen früher oder da sterben Tiere oder wie auch immer. Und ich glaube nicht, dass es durch Verurteilung geht. Ja, da habe ich mich jetzt auch zehnmal wiederholt in der Zwischenzeit schon. Auf jeden Fall könnt ihr euch den Podcast gerne mal anschauen. Und vielleicht erreicht euch Raffaela ja und schafft es, dass ihr dem Ganzen mal eine Chance gebt. Ja, wenn ihr übrigens Quellen habt für mich, YouTube-Kanäle, die nicht militant sind, wo das anders rübergebracht wird, verlinkt sie mir gerne. Ich schaue mir das gerne an. Ich werde auch mit Sicherheit nochmal einen Versuch angehen. Ich weiß, dass für die ganzen Veganer da draußen vegetarisch kein Kompromiss ist. Das ist mir aber auch egal. Für mich ist es ein Kompromiss, mich anzunähern. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio und trainiere gleich perfekt. Ich gehe erstmal ins Fitnessstudio, schnuppere Luft und wenn es mir gefällt, nähe ich mich dem Ganzen an und komme Schritt für Schritt dem Ganzen her, was besser ist, wie reingeschmissen zu werden, gar nicht und dann lasse ich es wieder sein oder werde ich wieder rückfällig und mache keinen Sport. So auch da. Vielleicht gebe ich dem Ganzen mal wieder eine Chance. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung posten. Sollte hier beleidigt werden, wird die Anmerkung komplett gelöscht. Also ihr beleidigt nicht die Raffaela, ihr beleidigt mich nicht, ihr beleidigt niemanden. Ihr könnt euch gerne austauschen, aber hier wird keiner beleidigt. Also falls hier neue Leute ankommen, das ist ein sauberer YouTube-Kanal. Ich will jetzt nicht sagen, wir verbreiten Liebe. Ein bisschen arg jetzt, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, guckt euch den Podcast gerne an und wie gesagt, wenn jemand ein festes Weltbild hat, hört auf, die Person zu verurteilen, akzeptiert, vor allen Dingen dann, wenn die Person keine Straftat begeht und versucht sie eher anders zu überzeugen, durch Aufklärung, durch saubere Argumente und nicht durch Rumschreierei und ihr wisst schon. In diesem Sinne, Freunde, melde mich ab.